Kampf-Tipps Nambas Immunität Nambas Leben auf der Straße hat seine Widerstandskraft gegenüber Vergiften und Erkelten gesteigert Das ergibt Sinn, ja? Wenn wir gerade eh schon dabei sind, ja? Ich lege uns mal hier ganz gemütlich einen neuen Spielstand an Also, wo sollen wir denn jetzt hin? Ah, da vorne ist dieses Hello Work, also Achso, das war das Dosen-Sammeln, ne? Das Dosen-Quest, was ist hier? Shogi Sonst irgendwas zu entdecken? Nicht so wirklich, aber um Gottes Willen Das fällt mir jetzt erst auf Wie groß ist denn bitte dieses Gebiet? Also, für alle, die die früheren Yakuza-Teile kennen wissen, ja, da gab es Kamurocho das war vielleicht so groß wie so wie eines dieser Felder hier, ja? Aber hier haben wir halt kann ich weiter rauszoomen, nö, ne? L2 Ah, L2 nach raus Ja, guckt euch das mal an wie viel das bitte ist? Ich bin mal gespannt, ob man da frei durchlaufen kann ohne, dass da Ladezonen sind und so, weil ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass diese Quadrate bedeuten also Quadrate in Anführungszeichen diese Zonen bedeutet, dass man da irgendwie die Ladezeit oder so hat Aber wir können jetzt eh grad nicht irgendwo anders hin als zu Hello Work Also, würde ich sagen nehmen wir die Beine in die Hand und gehen zu Hello Work Ist ja eigentlich Oh Gruppenchat Deine Gruppenmitglieder möchten ab und zu miteinander chatten Du kannst das erlauben indem du äh, Dreieck drückst Wenn du bis zum Ende zuhörst stärkst du die Bindung zwischen dir und deinen Gruppenmitgliedern Wenn du dieses Gespräch unterbrichst indem du indem du ein Menü öffnest oder einen Kampf auslöst müssen die anderen ihr Gespräch unterbrechen Das ist also extrem unhöflich Wenn es dir also doch einmal passiert kannst du aber zum Glück an der Stelle direkt vor dem Gespräch zurückgehen und noch einmal von vorne zuhören Auch da haben wir glaube ich wieder was wichtiges bekommen Verschiedene Tipps Gruppenchat Achso, das haben wir gerade gelesen Da ist doch noch irgendwas jetzt Systemtipps E-Taxi Der Stadtparken Taxis mit denen du in Windeseile von A nach B kommst Das geht sogar über das Pausemenü Aber aufgepasst Die Fahrten sind nicht kostenlos und Bequemlichkeit hat ihren Preis Ja, ich glaube dem ist so Gute Freunde kann niemand trennen Gute Freunde kann niemand trennen Im Verlauf seines Abenteuers freundet Kazuka sich mit vielen Verbünden an auf denen auf denen ihn bis zu drei begleiten können Ach ja Also Party aus vier Wenn er die Stadt erkundet und gegen Gegner kämpft Kazuka kann als Anführer der Gruppe nicht entfernt werden Um zu wählen wer ihn begleiten soll ruf ihm Pausemenü in den Punkt Gruppe auf Das ist so schön Wie wichtig ist das Das ist so schön Ja, ich habe eine große Anfänger in der Hände in der Hände Das ist ein Rügel Ja, das ist ein Rügel Das ist ein Rügel Das ist Rügel 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 Ja, ich wollte eigentlich Rügel aber Was? Was habe ich Rügel Rügel Was wir denn machen danach? Ist es übertätowieren lassen? Das haben wir ja gerade vor. So. Gibt es hier eigentlich auch in dem Viertel einen Convenience Store? Nö, ne? Weil es hieß ja, wir sollen zum Convenience Store gehen für unser Konto oder so. Aber wo ist denn hier ein Convenience Store? Ach da. Aber da können wir jetzt gerade nicht hin. Also... Vergesst, was ich gesagt habe und gefragt habe. Oh. Oh, 500 Yen. Ich sollte halt dran denken immer so ein bisschen Geld abzugrasen, das Gefühl. Weil ich denke mal, das könnte noch wichtig werden. Von hier die Straße runter. Siehst bei Automaten Mülleimern, ne? Oh, das ist wieder ein Automat. Da sind Mülleime. Okay, die zählen anscheinend nicht. Oh. Oh, 100 Yen. Oh. 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 Wir wurden nicht, wir wurden nicht wieder aufgeladen. Oh. 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 Ahaha. Wie nennt man das? Unsere Charakterwerte. Damit ihr wisst, wovon ich spreche. Also dieser lustige Kreis da oben geht anscheinend nicht durch den Stufenaufstieg nach oben. Den Yen. Oh, guck mal hier. Wir haben schon fast 1500 Yen zusammen. Oh, da sind auch noch Automaten. Nichts. Das ist ja kacke. Also wenn müssen wir hier schon ans Überleben denken, ja? Oh, da ist auch noch einer. Mein Papierteller. Was auch immer ich mit dem Papierteller machen? Wie auch immer sowas unter einen Automaten fällt. Ach ja, ich bin dran vorbeigelaufen. Ich, blauer Kopf. Keine Zeit. Was ist das denn? Wie, die Treppe auch? Wahrscheinlich. Genau erstmal hier vor dem... 500 Yen. Guck mal, das lohnt sich wirklich. Ich bin begeistert. 41, glaube ich. Blaubli. Okay. Das ist auch ein schlechtes Gefühl. Ich bin so sehr, dass ich mich nicht mehr als Kind. Ich bin noch ein Kind, nicht so ein Kind. Ich bin noch ein Kind. Matsuo, du bist so ein Koffer. Ich bin so ein Koffer. Ich bin noch ein Koffer, und bitte bitte auf den Koffer. Ich weiß nicht! Ich bin hier zu Hause gekommen. Er hat eine sehr fragwürdige Erscheinung. Was ist das? Schau mal an Ihren. Was ist das? Aber ich habe keine Ahnung. Das ist das, was ich an der Straße. Dann gehen Sie zum Personal Center. Was ist das? Ich kann mich an Ihren. Wow, so schnellst du noch auf die Spiegel. Nach der großen Rede vorhin war das ja ein richtiger Reinfall. Wow. Dann stiegelt er noch rein. Ja, Nan war der Mann der vielen Redewendungen. Ja, ich habe mich noch nicht. Du bist mit dir. Ich habe dich mit einem großen Hormel-Den-Den-Den-Den-Den-Den. Wenn du das so, ich gehe mit dem Fisch. Ich würde mich nicht mehr an. Du kannst dich nicht mehr machen. Sieht ein bisschen aus wie Frank Elzner. Und das klingt wie ein Hinterstraßendeal. Ja, da gibt es eine Hörbäuer-Lite, und ich habe es nur ein paar Mal nachher. Was ist eine Hörbäuer? Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich es wissen, aber ich habe es, dass ich 5,000 Euro für mich verletzen kann. 5,000 Euro ist gut. Ich will, was ich? Ja. Danke, mein Mann. Wie ich schon vermutet habe, ein Hinterstraßendeal gewesen. Moment, Direktor, das ist Chef. Das sieht aus wie der Hausmeister. Schatzsuche. Ja, an die sollten wir denken. Oh, jetzt guck mal, jetzt sind da zwei Figuren. Also, Nanba muss ja dann wichtig sein, wenn sie schon Sprite für Nanba auch gemacht haben. Ja, mal sehen. Oh, es ist schon dunkel. Aber wir hätten wahrscheinlich genauso viel Geld, dass wir, ähm, gerade so viel Geld, dass wir uns was zu essen holen können. Nanba. Ah, da ist er. Oh, jetzt können wir uns frei bewegen. Oh, das sind Sub-Stories. Wo müssen wir denn hin? Da oben? Große Güte. Können wir da erst hin oder gucken wir uns erst die Sub-Stories an? Ich würde sagen, wir gehen erst nach da oben. Was kostet denn so eine Fahrt? 730 Yen, seid ihr wahnsinnig? Das ist ein Drittel von dem Geld, was ich habe. Ah, dafür, ach so, dafür sind die Karies gedacht. Gewerbeviertel, aber... Hä? Oh, jetzt ist da ein Taxi-Symbol. Muss ich die Taxifahrer ansprechen, damit die dazukommen? Huch, warum geht der denn jetzt über das Geländer? Das ist ja mal interessant. Oh, hier kann ich keine Schatzsuche machen. Kann ich nachts keine Schatzsuche machen? Weil es wahrscheinlich unlogisch ist, nachts nach... nachher zu gucken. Oh, ohne Doppelbär. Stufe 7 klingt bedrohlich. Wir werden aus den Ander hier. Oh. Hey, jetzt sind wir wieder vollständig aufgeladen. Warum das denn? Boom. Oh. Das geht jetzt schnell in den Job ran. Das ist ja Level 3 Obdachlose. Äh, wo können wir denn hin? Oh, das heißt, wir müssen dann immer gucken, wo Taxen rumstehen. Ist der Plural jetzt eigentlich Taxen oder Taxis? Gucken wir uns das alles an hier. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist auch so ein typisches Rollenspiel-Ding. Wie halt jetzt hier mit diesem... mit diesem Fog of War. Oh, was haben wir denn hier? Die Party? Was ist... was gibt's denn da? Die Sasaki Arcade. Arcade. Uh. Uh. Wer bist du denn? Du rufst das Gesicht so bekannt vor. Was ist denn hier so? Virtua Fighter. Virtua Fighter. Fantasy Zoned. Outrun. Wirkt nach den standardmäßigen Yakuza 6, äh, Dingen hier, was spannend ist. Können wir aber ja ein anderes Mal machen. Lasst mich gerne wissen, äh, in den Kommentaren, welche Sachen ihr so gerne sehen wollt. Also von den Playspots her. Oder welche Dinge euch vielleicht auf der Karte auffallen, wo wir denn unbedingt mal hingehen sollten. Dann versuche ich das doch mal in einer der nächsten Aufnahmen zu berücksichtigen. Oh. Nimm's eilig. Wir gehen erstmal komplett hier über die Straße. Oh, jetzt könnten wir ja mal gucken, wie das mit dem Convenience Store ist, ne? Mit dem Konto da ist. Ah, ja, tatsächlich, hier. Oh, Geld einzahlen. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann, ähm, muss man ja relativ aufpassen, dass wenn man einen Kampf verliert, dann verliert man scheinbar auch Geld. Also ist es anscheinend wichtig, dass man hier immer ganz brav auf sein Konto einzahlt. Und wir haben wieder eine Nachricht, die wir lesen müssen. Sei klug, spar dein Geld. An den Geldautomaten im Convenience Stores kannst du dein Bargeld auf dein Konto einzahlen. Alles, was du auf dem Konto legst, ist sicher, auch wenn du im Kampf eliminiert wirst. Ah, siehst du, da hab ich's schon. Wie sagt man so schön? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja, okay. Was gibt's denn hier eigentlich so? Ich weiß nicht, dass ich mir jetzt irgendwas kaufen könnte, aber. Eine Tasse Sake. Normale Preise hier. Oh, Stamina in Light. Mit 10.000. Was ist das denn für ein teures Getränk, dass das ca. 90 Euro kostet? Was läuft falsch mit den Leuten? Ist irgendwie ein Red Bull mit... Taurin von... Gut gezüchteten Rindern in der Nähe von Hokkaido, oder? Na gut. Ich sehe, wir kommen hier öfter her. Ähm, wir müssen über den Fluss, also praktisch nach da, oder? Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich tatsächlich wirklich Pipi drin von... von Kuberin dann. Oh, was denn das hier dann? Aha. Also, laut Karte kann man hier rein oder raus, aber... haben wir auch nicht. Wahrscheinlich noch nicht. Ist dann bestimmt später irgendwas. Karte steht nix, ne? Ist später bestimmt dann irgendwas. Oh, ne, ich muss da oben über die Brücke. Ups. Und hier lang? Ich kann hier am Fluss lang gehen. Wie cool. Ich gucke einfach mal, wie cool das aussieht. Entschuldige, dass ich jetzt gerade den Spielfluss störe, indem wir uns hier ein bisschen umgucken, aber... Es sieht einfach so unglaublich toll aus, wie viel Mühe sie sich immer geben, mit diesen ganzen... Locations. Wirklich cool gemacht. Oh, jetzt müssen wir hier auch kämpfen. Ich habe aber keine Lust, mit euch zu kämpfen. Dann kloppieren wir uns eben. Hier, Klopperei. Donama, kriegst du das auch hin? Wo ist denn die Verstärkung? Nochmal Verstärkung. Punkt. So. Müsst ihr mal tatsächlich noch so ein bisschen in mich gehen und, äh... Oh, was ist denn da? Lumpen. Und mal so ein bisschen gucken, wie das mit dem Kampfsystem... Was man da so alles machen kann. Das ist ja total cool, dass man hier einfach auch an der Seite lang laufen kann. Ähm, was man... Oh, ich habe einen Marker gesetzt. Das wollte ich nicht. Kann ich den wegmachen? So. Was denn so alles, äh... In dem Kampfsystem verfügbar ist. Und wie man da so am besten... Die besten Möglichkeiten da so ein bisschen... Ist der auch hoch? Oh, ich kann da auch hoch. Wie cool ist das denn? Oh, hier liegt Kram rum. Wenn man nicht umsonst soll... Sandwich, Thunfisch und Ei. War hier nicht auch noch irgendwo so ein Pfeilchen? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe mich eingebildet. Das ist total cool. Wir können hier einfach auch drüber laufen. Wie cool ist das denn bitte? Hier können wir nach unten gehen wieder. Oh, wie ist... Wie cool ist das denn bitte? Ich liebe so Geschichten. Das ist ja nicht einfach irgendwie so einen Block hinschmeißen und sagen, so, du kannst hier nirgends rein, aber du kannst solche Sachen entdecken. Das ist richtig toll. Ähm, hier? Scheinbar schon. Erstmal duzen, immer guter Einruf. Hä? Hallo, Work? Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. Das Fenster ist kaputt, oder? Das Fenster ist kaputt, oder? Das Fenster ist kaputt, oder? Das ist alles wie hier und hier. Das Fenster hat schon seit ein paar Jahren Dürrbäu. Dürrbäu? 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 Du kannst du da auf die Trense. Du kannst du da auf die Trense. Wer ist das? Das ist... Komizuru, oder? Komizuru? Was das? Du hast du gesagt. Ein riesiger Mannschaft. Das ist die Trense. Komizuru, oder? Ja, das ist für Akkredi, was in Yokohama abgeht, ne? Wenn ich mich überrascht habe, dann kann ich es nicht so gut gehen. Ich bin der Dürmer, also ich bin der Dürmer. Ich bin der Dürmer, also ich bin der Dürmer. Dann, woher geht's? Das wird nicht möglich sein, oder? Ist das nicht wahr, Frau? Ja, das stimmt. Was ist das? Das ist der Dürmer, oder? Das ist der Dürmer, oder? Das ist der Dürmer. Ich glaube, das ist der Dürmer. Es gibt der Dürmer. Das ist der Dürmer. Das ist das Dürmer? Was das Dürmer? Ich bin der Dürmer. Daher so großartig? Das ist nicht großartig, aber... Die Menschen in den Komi-Jürgen sind die Jäkza, Mafia, und die Polizei. Man kann nicht nur die Komi-Jürgen gehen, dass sie die Komi-Jürgen weggehen können. Sie sind wie ein Komi-Jürgen. Die anderen anderen Komi-Jürgen sind die Komi-Jürgen. Sie sind da nicht in die Komi-Jürgen. Mit dem Komi-Jürgen? Mit dem Komi-Jürgen? Ich habe auch mit dem Komi-Jürgen. Das stimmt. Dann sind wir mit dem Komi-Jürgen, die von der Komi-Jürgen aussehen. Was ist das? Das war's für heute. Was ist das? Das ist der Bistos 22. 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 Das ist der Bistos 22.